In diesem Video schaut einer rein, liegt Watte rum, sind alle Latten am Zaun und liegt Schnee. Schönen guten Morgen aus der Kälte Griechenlands. Ich glaube ich muss mich mal kurz korrigieren. Es ist gar nicht kalt. Die Sonne scheint und sofort wird es warm. Kurze Hose, gut machbar. Und die Jungs suchen gerade irgendwie mein Fahrwerk und die Spacer von The Green Monkey, das zusammen mit dem Cycle Fahrwerk bei mir verbaut ist. Und wie schön es doch gleich ist, wenn es ein bisschen wärmer und sonniger wird. Heute Sonnübergangstag, morgen vermutlich Regen und Gewitter, aber Mittwoch. Mittwoch, sagt das Radarbild. Blauen Himmel und Sonnenschein voraus. Bin gespannt. Die Nacht war hier auf jeden Fall sehr ruhig und sehr gut. Ja, bin gerade auf der Suche nach einem schnellen Frühstück. Ich dachte, ich habe noch ein Pocket Porridge von Three Bears. Aber die Schublade gähnt mich an. Ich glaube, Pocket Porridge ist alle. Verdammt. An der Arbeitstheke. Bier gibt es leider nicht. Dafür Toastbrot, Tomaten und Laptop zum Arbeiten. Ich glaube, irgendwann fahren wir dann auch mal weiter. Nicht, dass wir noch Wurzeln schlagen. Und einer hat gerade richtig Spaß. Moment. Jetzt seht ihr den Franz Josef. Der ist immer glücklich, wenn er an irgendwas mit Plastik rumkauen kann. Der Knaller. Und alle gucken zu. Richtig viel Betrieb heute in der Truppe. Ja, Plastikplasche weg. Jetzt hat er gesehen, dass ich mir gerade einen Toast reingeschieben habe. Jetzt kommt er gleich rein. Schnüffelt an meiner Trittstufe. Riecht nach Toast, ne? Mhhhhh. Ja, Garschensmann ist. Ich muss schauen. Jetzt gibt es die Kardanwelle. Die Kardanwelle muss auch noch mit der Anpassbrille. Da ist ein bisschen Zwischenstück ein, dass sie runter vom Kusslager und lässt ihn irgendwie kalt. Die haben Hunde schon anders reagiert. Und auch, dass die Bremsleitungen nicht vorgeht. Ja. Die Fraktion hinten macht heute Pause. Die Küche ist aufgeräumt. Die Schränke geschlossen. Geil ist der massiv gute Selbsteinzug der Schränke. Das hält sogar die Schublade zu, wenn man sie mal vergisst zu verriegeln. Und jetzt begebe ich mich hinter das Lenkrad. Wir fahren direkt von hier auf die Offroad-Piste. Zwei Stunden. Dann mal los. Schon alle in Bewegung. Mit dabei heute auch vorne rechts der weiße Kai. Das ist unser Offroad-Guide, der nach Steinen und Unebenheiten Ausschau hält. Kleiner Support für den Rest vom Team. Und dann geht es hier gleich mal links den Bügel hoch. Erst noch auf Asphalt, aber vermutlich nicht sehr lange. Wetterlich echt überraschend gut. Macht immer mehr auf. Wird immer sonniger. Das ist mal eine schöne Überraschung und Abwechslung zu dem grauen und trüben Wetter der letzten Tage. Links ganz viele Wattebäuche. Im Tal übel Wolken und Nebel. Wir sind 1500 Meter hoch. Wir folgen dem Höhenweg immer wieder mit Blick nach links ins Tal. An Abhängen vorbei über recht gut fahrbare Schotterpiste. Links geht es halt hier und da immer mal wieder ein bisschen. Stahl bergab. Man muss also gucken, wo man hinfährt und wie man fährt. Auch Steine und Geröll liegt immer wieder rum. Aber immerhin begleitet uns dauerhaft die Sonne heute. Plötzlich dann mal kurz ein Abschnitt Wald mit Bäumen und Waldboden. Bevor es dann wieder keine Bäume gibt. Dafür freien Blick. Und dann gibt es auch mal eine fette Überraschung. Erstens steht da eine Rampe und ein Megamobil. Und zweitens stehen plötzlich alle irgendwie ganz komisch. Es gibt ein kleines Fotoshooting. Den muss man ja nutzen, wenn es mal eine schöne Aussicht gibt. Das eigentlich Überraschende ist aber, dass wir hier in einem griechischen Skigebiet gelandet sind. Wir unterfahren den Tellerlift und machen uns auf den Weg zur Talstation des Gebiets. Wir fahren also praktisch irgendwie auf der Skipiste. Unten alles noch relativ neu und schön angelegt. Riesenparkplatz. Man kommt hier auch auf normaler Terstraße hoch. Wir fahren unten durch die Skianlage und dann auf der anderen Seite die Piste wieder hoch. Was auch sonst, denn wir wollen ja nicht Asphalt fahren, sondern weiterhin unsere Offroad-Tour fortsetzen. Der Sprinter hängt mal wieder ein bisschen hinterher. Der Blick, je höher man kommt, desto schöner übers Skigebiet. Und irgendwann schafft es auch der Sprinter wieder aufzuschließen. Ich weiß nicht, was die immer treiben da hinten. So geht es weiter. Wieder unterm Skilift durch. Das ist mal echt ein schräges Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass hier sonst im Winter Skifahrer unterwegs sind. Nach dem Skigebiet die Piste wieder schmaler. Aber wir bleiben auf der Höhe. Die Piste sind ungefähr 1700 Meter hoch und genießen Wetter und Aussicht. Gute Wind geht. Deswegen zögere ich auch lange, ob ich die Drohne in die Luft lassen soll oder nicht. Aber da man hier ja wahrscheinlich nur einmal hinkommt, ringe ich mich dann durch. Übergebe das Steuer an Mona, sodass ich mich mal aufs Fliegen konzentrieren kann. Und dann geht's ab in die Luft. Und dann geht's ab und in die Luft lassen. Und dann geht's ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den habe ich damals bei der nächtlichen Pack-Aktion nicht untergebracht und der fehlt mir jetzt. Das kleine Ding ist mein größter Topf und das ist irgendwie nichts Gescheites. Und irgendwie ist hier immer zu wenig Platz und ich vergesse, dass ich hier noch einen riesen Auszug-Tablar habe. Da sollte ich mal öfter dran denken und es nutzen. Schon hat man viel mehr Platz. Zwiebeln und Knobi werden heiß gemacht. Dann kommt Tagfleisch dazu. Ich glaube, ich muss heute mit einer Dose Tomaten irgendwie hinkommen. Der Topf ist voll. Die Tortellini dabei noch gar nicht drin. Die muss wohl separat irgendwie heiß machen. Ich brauche einen größeren Topf nächstes Mal auf der Tour nach Island. Da kann ich mir schon mal überlegen, wo ich den hin tue. Sieht in der Küche auf jeden Fall ein bisschen wild aus. Die Induktion ist super geil. Die hat richtig Dampf. Ich nutze sie eigentlich so im Level 2, 3 Bereich. Das reicht voll und ganz. Kochen funktioniert im Lounge 600. Und ich glaube, die Bananen haben auch schon Hunger. Und auch bei dieser Induktion kann ich mit zwei Töpfen halbwegs kochen. Wenn sie klein genug sind, geht es. Tortellini mit ein bisschen Wasser nur gestimt, gedämpft und nicht vollwertig mit Wasser bedeckt gehabt. Geht genauso gut, wenn man Deckel drauf tut. Jetzt halte ich nochmal kurz die Soße richtig auf und dann gibt es Essen. Ich habe auch einen leichten Humor. Na, sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Und ist es für euch eigentlich genauso ungewohnt wie für mich, dass ich nicht in meiner Standard-Dinette sitze, sondern hier in der Lounge des Lounge 600? Also es ist für mich immer noch seltsam und irgendwie komisch. Es ist schön, keine Frage. Vermutlich trifft das Wort ungewohnt es am besten. Aber ist auch egal. Jetzt esse ich mal einen Löffel. Der liegt noch in der Küche. Und der Co-Pilot meinte, das Essen sei heute fast vegetarisch. Denn die Tortellini sind ohne Fleisch. Er wollte das jetzt aber nicht vor der Kamera wiederholen. Irgendwie weiß auch nicht warum. Ich fühle mich leicht beobachtet um halb zwei Uhr nachts. Zeit ins Bett zu gehen. Alles geschafft für heute. Müde. Pennen. Jetzt können wir das Hubbett runterlassen. Aber erst, wenn ich aufgeräumt habe. Denn die Fellfraktion muss da weg. Der Tisch muss ein Stück runter. Der Laptop muss vom Tisch. Hier die Tasche muss von der Bank. Es sind immer etliche Handgriffe, die noch erledigt werden müssen. Bevor das Hubbett dann in seine Position kommen kann. Und wenn das Hubbett dann unten ist, dann liegt der dicke Co-Pilot mittendrin. Unglaublich. So liebe Leute, das war es für heute. Ein paar Stunden schlafen. Morgen geht es hier weiter. Lasst einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Amazon Partner Link verwenden und den Paypal Support. Das freut uns immer riesig. Vielen Dank. Und jetzt bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal.